Hey Leute und Willkommen zum zweiten Part von FIFA 15 Beide gedrocken Ja eben erste Part ist immer 0-0 und jetzt geht es weiter Aber da kurz was nochmal tun Weniger nicht einste Nein Eik Gut Ja gut Okay Ganz start Ich hoffe natürlich dass jetzt mehr Tore auf Eilern Als vorher Und was ist denn das Das echt mit Spielern so scheiße Der hat halt 4 drauf und von hinten schießt halt mit 4 Ja Es ist cool wenn ihr bei 4 vor 16 so bei 2 Stimmt kennt ihr das Schreibt doch in die Kommentare ob das kennt ihr nicht Bei Bayern spielen sie noch immer so Männer die was weiß an und das machen dann das Telekom Ja das wäre cool wenn es dann macht aber Das gäbe Da gibt es dann Ich kriege Und aus Die 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 Prozent die umfassungsfrei hier fast noch gehen Kumpel Kruppen 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 Das gibt es nicht. Later. Nein, fast nicht. Also fast mal neu. Das ist richtig neu. Okay, gut, ja, stark schweig. Jetzt Müller, 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 Müller. Müller. Müller kann auch schon besser schießen. Eigentlich ist er auch noch gut. War da noch gut. Jetzt hat er keinen Stamm für Müller. Und will dort nicht verlassen. Aber kann er noch bis zum nächsten Sommer nicht. Was war das denn? Nein, einer verletzt. Benatia muss jetzt krank aus. Das hier muss ich ausrechnen. Wie kann ich nicht ausrechnen? Ja, war schon. Kannst rein tun. Benatia. Und jetzt kann es weitergehen. Ach. Na gut. Jetzt. Ah. Komm, komm, komm. Komm. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Nein. Dann nehmt ihr doch den Ball ab. Ja, gut. Danke. Ach, Gott. Ja, Mann. Komm. 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 Schieß, Junge. Jawoll, alter Junge. Geht doch heute. 9-16 Minuten. 1-0. Und mich. Teh. Wie sieht denn irgendwie voll cool aus, ne? Schreibt mal die. Schreibt. Und lasst einen Daumen hoch da, wenn er cool aus sind. Lasst mal für die ganzen 2 Partens auch noch, wenn ihr denkt, es sieht gut aus. Vielleicht hab mir da schon ein bisschen Mühe gegeben, alles hochzuladen und so. Ja. Ja. Okay, gut. Also jetzt ist jetzt 1-0 noch jetzt 70 Minuten fast. Und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, weil, okay, ich will später auch noch sehen, ob die Grafik scheiße ist. Ja, okay, die Grafik ist scheiße, aber die will ich auf jeden Fall auch anders machen. Das habe ich, wollte ich schon in dem letzten Video sagen, aber das wurde gelöscht, weil jetzt halt so lange gedauert hat. Aber da muss ich jetzt nicht, das ist eine lange Geschichte, da muss ich jetzt nicht rumreden. Also, ich kaufe bald eine Kamera, mit denen die besten YouTuber uns auch arbeiten. Und ja, dann geht's richtig rund. Was red ich denn? Scheiße. Okay, ich wieder. Ich wieder. Uh, weiter. Nein. Ja, okay. Aber ich mach Druck. Ja, okay. Ja, gut. Ja, gut. Ich danke dir. oh Nein 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 perfekt das kann ich nicht nein als ob das Elfmeter ist ja voll Schlussschlagung eine Zeitung ja okay ja der Ball war schon weg ein bisschen um uns hin oder lässt sich vorbei oder jetzt unterteck ich dachte immer okay 1 1 um jetzt muss ich mal anstrengen gut komm oh nein ja einfach durchlaufen Müller aaaaaaah ich dachte schon ein Eigentor jetzt das ist der größte Fail du lieber RIE ja da kann ich rein gehen das wäre natürlich mehr gut wenn er drin wäre voll kein das ist natürlich wie Ich glaube ein sehr Into lord , ью ich 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 die es ist leicht jetzt was heißt 2 2 ja es geht kommen kommen nein das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht so und schließt auf jetzt jetzt geht es hier jetzt ist er in der Zwischenzeit nicht Okay. Und er verschießt. Er verschießt. Und er macht ihn. Starkes Ton. Oh, und den Wink. Okay, der war gut. Ah, ha. Immer in die Mitte. Oh, der verschießt. Meine Tricks klappen. Und ich glaube, er kann es sein. Wenn der reingeht, ist er. Zweiter habe ich gewonnen. Und ich habe das Elfmeterschießen gegen Dortmund gewonnen. Da ist der Jubel doch zu Recht. Und damit verabschiede ich mich mit einem 4,5m-Volk und sagen Schau.